Das Museumreich der Kristalle ist der öffentlich zugängliche Teil der Mineralogischen Staatssammlung in München. Sie umfasst 100.000 Exponate, darunter Diamanten, Smaragde und andere Edelsteine. Ferner ist eine Meteoritensammlung zu sehen, sowie Quarze aus dem Alpenraum und Mineralien aus den bayerischen Erzlagerstätten. Die Entstehung und die Eigenschaften der Mineralien und Kristalle werden ausführlich dargestellt. Die Sammlung geht unter anderem auf die Leuchtenberg-Sammlung zurück. Paradestücke sind der König Ludwig Diamant, der Rubelit Kristall und der Takovayas Maragd. Die Staatssammlung ist eine von insgesamt fünf Forschungseinrichtungen der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Das Museumreich der Kristalle befindet sich im Kunstareal auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in einem Gebäude der Fakultät für Mathematik. Der Ludwig-Maximilians-Universität, Adresse, Theresienstraße 41 80333 München, Eingang über die Freitreppe am Marianne-von-Werevkin-Weg-Web-Link, Museumreich der Kristalle.